Ich komme ja aus der Nähe von Wetzlar. Zumindest wohne ich dort und manchmal fahre ich zu meiner Familie nach Thüringen. Ach, ihr habt das schon gewusst. Ich brauche ja nichts mehr zu erzählen. Auf dem Weg nach Thüringen muss ich in Hessen durch den Vogelsbergkreis. Wenn man fünf Kilometer hineinfährt in den Vogelsbergkreis, jetzt hört man auf dieser Seite Wölfe heulen. Kann ich die Wölfe mal heulen hören? Man wage sich weitere 500 Meter tiefe hinein. Da kichern auf dieser Seite die Hähnen. Da gibt es auch eine App. Man wage sich nochmals fünf Meter tiefe hinein. Da schnappt ein Krokodil. Da ruft ein Schaf mit. Nee, nee, nee. Den Rasen. Und dieses Lied handelt vom Vogelsbergkreis. Kann ich die Wölfe nochmal hören? Ja, ja. Drei oder vier. Leise verschwiegen, still und entdeckt. Ein Fleck in der Erde einsam versteckt. Berg und Täler wärmen doch nah. Wir grüßen die Gäste. Nun sei der Tag. Im Vogelsbergkreis, wo das Nanni versagt, wo ist nie richtig Tag. Im Vogelsbergkreis, wo im Mond entschreien, noch Bärwölfen schreien. Im Vogelsbergkreis, wo der Wind auch weht, wo man keinen versteht. Im Vogelsbergkreis, wo man im Urlaub nach Schotten reist. Oder fährt auf nem Pferd Schotten im Vogelsbergkreis. Fromm und bescheiden, purig und fein. Hier lebt Tradition auf Vulkan, Gestein. Legende und Bärchen, da machen doch wir im Vogelsbergkreis. Bei Beultjes und Bier. Beultjes, so ne Art Kloß. Machen die aus Restungen abfällen dort. Im Vogelsbergkreis. Und die Höhlen, alle Samthaus, nur man tragen. Im Vogelsbergkreis, wo die Männer die Nahrung mit Fäusten erschlagen. Im Vogelsbergkreis, wo die Frauen ihre Babys in Sturzbach bekommen. Einige sind gleich bis in den Landkreis Fulda hinübergeschwommen. Aber da ist's auch nicht viel besser. Als im Vogelsbergkreis. Wo Orte, die kleben ein und schwalmter liegen. Aber die kennt man ja nicht einmal. Im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis. Wo die Schulen im Sommer geschlossen bleiben, wegen Schnee treiben. Im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis, im Vogelsbergkreis. Wo Orte nachts die Augenbahnen absperren. Im Vogelsbergkreis, ihre Leute in die finster, tiefen Wälder zehren. Im Vogelsbergkreis, wo man immer noch weiß, die Hauptstadt ist Bonn im Vogelsbergkreis. Oh, der Kohl macht das schon. Der Kohl macht das schon. Im Vogelsbergkreis. Wo erstaunlich wenige Menschen leben. Im Vogelsbergkreis. Und die, die hier leben, würde das nie zu gehen. Im Vogelsbergkreis. 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 Hier sind schon so viele Touristen verschwunden. Im Vogelsbergkreis. Im Sokentop haben sie sich wieder befunden. Schmeht keinen Scheiß. Schmeckt kalt und heiß. Er ist doch weiß. Vogelsbergkreis. Vogelsbergkreis Jetzt hält man mit 1,50 schon zu den Riesen im Vogelsbergkreis Das hier welche Leben wurde niemals bewiesen Vogelsbergkreis, Vogelsbergkreis, Vogelsberg, Vogelsberg Vogelsbergkreis Über den ihr nun viel mehr wisst, als nötig ist